Mein Name ist Rechtsanwalt Hartmann. Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und für Strafrecht in Oranienburg. Stichwort Gültigkeit einer EU-Fahrerlaubnis eines Führerscheins, der im EU-Ausland erworben wurde. Nicht nur der Europäische Gerichtshof, auch das deutsche Bundesverfassungsgericht hat im September 2011 entschieden, dass die deutsche Regelung, wonach EU-Fahrerlaubnisse nicht anerkannt werden müssen, unwirksam ist und gegen EU-Recht verstößt. § 28 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 der Fahrerlaubnisverordnung sieht eine solche Beschränkung der Anerkennungspflicht vor, ist aber aufgrund Verstoßes gegen EU-Recht auch nach der Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes unwirksam. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Sie mit Ihrer im EU-Ausland erworbenen Fahrerlaubnis in Deutschland fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017